ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit mir immer gleich jo leute wir schauen in den heutigen item shop rein und gucken was da so am start ist wir haben einen neuen skin aktuell hier das ist der marino skin jo schauen wir uns das ding mal an hier der marino und ich finde der sieht irgendwie schon ganz cool aus also hat was da hinten beningen dran beningen so der marino skin kriegt von mir 7 von 10 lasst uns mal schauen was haben wir denn aktuell für noten so das wäre wo ist er denn wo ist er 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 der marino dark bombe da ist der marino so hier der marino 4 von 5 bei einem wort sechs reminders aktuell ist aber auch erst neu rausgekommen hast du so dann haben wir diesen tropen schnitt ich finde sie gar nicht mal so schlecht aus hacke dich durch die reihe in deiner gegner teil des kostüm kompanies ja kriegt von mir auch 7 von 10 der tropen schnitt so war den jetzt suchen wo ist der hat noch keine note also fresh cut so dann aber den orde ist so mega krank geil der finsterbomber der dark bombe leute der hat kriegt von mir 10 von 10 ich liebe den dark bombe was haben wir denn hier momentan beim dark bombe der dark bombe mußtak bombe da ist der dark bombe so mit 4,38 von 5 bei 85 sports 435 reminders das sind geile werte würde ich sagen so dann haben wir hier die absolut geilste picke finde ich im ganzen spiel das donneross das sieht so fett aus das ding donneross kriegt von mir 10 von 10 ich liebe diese picke das donneross ist der absolute oberknaller wo ist denn das donneross noch wo ist es wo 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 rino zum marino zum marino wo ist donneross habe ich vergessen oder was schon mal gucken von der crash also hier ist es der crash da 4,68 von 5 bei 8 und 3 wo zu einer neuen firma 1 ist das ding ist fett geil so war sonst noch was ja da haben wir noch diesen diese glüh für der dunkelheit den dark blöd den finde ich jetzt nicht so krass war es ist ein standard leiter auch wenn er animiert ist aber er ist cool sieht schon cool aus glüh für der dunkelheit kriegt von mir 6 von 10 stopps die höchste benotung die ich jemals von standard gleiter gegeben habe aber das ding ist auch echt ganz cool so und da haben wir derzeit wie viel 4,6 1 von 5 bei 33 votes haben wir den sushi master den finde ich nicht wirklich toll ich brauch doch kein sushi meister ja in dem spiel ich weiß auch nicht was der da drin verloren hat also der sushi meister kriegt von mir 5 von 10 ich bin jetzt nicht so ein krase fan von dem ding muss ich echt sagen hier 3,64 von 5 bei 44 votes ja für den sushi master der rück paddler da ist er der rück paddler der rück paddler leg dich ordentlich ins zeug eine backstroke backstroke kick von mir 8 von 10 so und da haben wir aktuell hier 3,82 von 5 bei 11 votes jo Leute haben wir den ausflug finde ich sieht kacke aus das ding sorry dudes aber das ist ein standard gleiter den ich beschissen finde und er kriegt von mir 0 von 10 und jetzt krieg ich wahrscheinlich wieder richtig offen frack naja gut sag mal so ist nur ein einziger vote dafür 5 von 5 ein einziger vote 5 reminder das sind das ding ist 2017 bereits raus gekommen ja das heißt also ein einziger war 14 mal drin gewesen ein einziger hat hat sich gedacht und dem gebe ich mal 5 das ding ist doch kacke herrlich also spektralhacke ist mir persönlich zu bunt zu knallig zu lila zu pink zu alles mögliche ich weiß ihr liebt die spektralhacke spektralhacke und ich gebe der halt 5 von 10 aber das ding hat viel mehr ich weiß es so wo ist spektralhacke da ist die spektralhacke da haben wir hier 4,19 von 5 bei 27 votes ja 56 reminders für das ding so ein scorpion der ist natürlich hier für paradise spieler mega ja normalerweise müssten müssten wir die die mädchen haben wenn du deinen paradise bist ähm scorpion passt mega zu paradise und kriegt von mir 7 von 10 der scorpion wo ist der scorpion so und da haben wir hier 4,59 von 5 bei 46 votes 118 Reminders so und da haben wir mind blowing hier in überladung das ding ist cool 8 von 10 mindblown und da haben wir aktuell 5 von 5 bei 4 votes 7 januar 2000 sind es erstmal drin gewesen zweimal seitdem 11 Reminders ihr leute wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst mal bitte einen daumen nach oben da schreibt mir was in die kommentare abonniert den kanal und schreibt sich mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnight daily shop news mit mir gleich haut rein macht's gut bis dann und tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.